Man beachte die Ansage des Navigationsgerätes. In der Mitte des Kreises ist auf jeden Fall ein Baum. Und bitte hören Sie sich die Ansage an. Nach 250 Metern im Kreisverkehr fahren Sie geradeaus. Vorsicht bei ihm! Ja, so schnell wie die Familie Flodder im Radio Jukebox geboren wurde, tja, wurde sie auch wieder zu Grabe getragen, denn sie haben diesen Crash nicht überstanden. Aus Mama Flodder wird jetzt Petra 08 und 8 und aus Opa Flodder wird der Jukebox Romeo. Aus Mama Flodder